Ja, willkommen im hinteren Herzland und ich würde sagen, nicht so wie in der letzten Folge, trödeln wir ausnahmsweise mal nicht und, ähm, ja, gehen am besten gleich los. Aber es sieht wieder sehr cool hier aus, sehr grün auf jeden Fall. Da seid ihr ja. Ja, guten Tag. Hier, ich habe uns noch eine Karte besorgt. Seht ihr das? Wir sind hier und dort hinten ist die Ruine, Alte Toulgrad. Also geht voran, ich folge euch. Ja, ich glaube, ich habe die Ruine schon auf der Karte, wenn ich ehrlich bin. Äh, dö, dö. Okay, Moment. Ne, Raschengrad. Ach, da müssen wir hin. Ah, sehr gut, dann waren wir da doch noch nicht. Ah, das freut mich jetzt. Ich dachte ja in der letzten Folge schon, dass wir dort schon gewesen wären. Aber wir müssen nicht nach Alte Raschengrad, sondern nach Alte Toulgrad. Na gut, also wir haben jetzt da vorne das Ding auf der Karte. Da müssen wir hin. Wir nehmen den Mana-Pilz auf jeden Fall mal mit. Und wie sieht es eigentlich mit der Raklast aus? Ah ja, ist okay. Ist okay. 200 haben wir frei. Ungefähr. Erstmal, oh wie schön, ein Schmetterling, Schmetterling und Blumen und Grunde im Erz. Sehr schön. Wir müssen natürlich... Ja. Ja, ich mag die Gegend auch, muss ich sagen. Sieht sehr schön aus. So, und sie muss natürlich auch darauf warten, dass wir hier fertig sind mit, äh... Ja, Erzfarmen. Aber gut, da muss sie sich glaube ich dran gewöhnen, wenn die mit uns unterwegs ist. Hier hatten wir glaube ich mal eine Attrappe ausgesetzt, so wie es aussieht. Ist ja lustig. Oh, Salzwurzel. Was ist denn das? Kann man daraus Salz extrahieren? Weil mit Salz kann man super kochen. Oh, ein Schmetterling. Ach, wie schön hier alles ist. Oh, ich höre hier irgendwie... Sankar hat wie ein Drachenschrei. Vielleicht ist es doch nicht mehr so schön gleich. Äh, so. Oh, ich will natürlich nicht Rückkehr auswählen, sondern mystischen Bogen und zusätzlich noch das Magierlicht. So, so bin ich ja gerne unterwegs in der Zwischenzeit. Da kann man es sich nämlich hell machen, weil man es heller braucht. Und ansonsten hat man immer seinen Bogen parat. So, wobei ich nicht weiß, ob wir hier gerade auf dem richtigen Weg sind. Äh, warum eigentlich Kirasch? Ist das nicht kyranisch? Ja, das ist es. Meister Tyrasch, mein Ziehvater, war halb kyranisch. Manche Wörter sind hängen geblieben. Achso, okay. Ähm, ja, wollte ich wissen. Ne, wollte ich eigentlich nicht wissen. Egal. Hm. Auch eine spannende Ruine schon hier. Ja, ich glaube, die kümmert sich da drum. Ja, kein Problem. Ja, wobei, ne, so stark ist sie nicht. Ja, wobei, doch, ist sie. Ja, es war einer. Ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Okay, wenn Knochenmehl nur Salz wäre, dann würden wir... Oh, cool, eine Truhe. Ziemlich klein, aber 21 Groschen drin. Zauberbuch, gleißender Funke. Das Skelett hat sonst noch einen armseligen Seelenstein dabei. Immerhin. Und ein Stab des... Ach stimmt, Stäbe hätten wir eigentlich noch verkaufen können. Na, ist jetzt auch egal. Es ist zu spät. Toll, fällt einem auch immer erst am, am, ja, hinterher ein. Na super. Naja. Ach, wie schön. Hallo, ach, da ist sie ja. Oh, hat die irgendwas dabei? Ja. Ne. Also, wenn wir hier mit denen reden können, dann können wir sie nicht ausrauben. Interessant. Schade, ich hätte gerne gewusst, was sie dabei hat. Ich hätte sie nicht bestohlen, keine Sorge. Ich wollte nur wissen, was sie dabei hat. Ob sie auch gut ausgerüstet ist. Ich meine, hier können viele Gefahren lauern. Da muss man auch wirklich viel Ausrüstung mitnehmen. Ein Fuchs. Hoffentlich ist er nicht tollwütig. Ich möchte Füchse leben lassen, aber ich fürchte... Ja, das sieht nach Tollwut aus. Vielleicht auch nicht. Naja, sicher ist sicher. Oh, Wölfe. Das ist auf jeden Fall... Die müssen wir leider auf jeden Fall umbringen. Es geht los. Ja, es geht los. Oh, ja, komm. Ah, da kommt auch einer mitten aus dem hohen Gras. Wie gemein ist das denn? Oh, der ist schon fast tot da vorne. Toll. Den einen habe ich einfach mit einem Schuss erlegt. Der andere hat schon zwei Pfeile drin und ist immer noch nicht tot. Naja. Die rennt halt dem Wolf einfach 50 Kilometer hinterher. Ist ja lustig. So, na gut. Wir lassen die da vorne mal ein bisschen kämpfen. Das ist ganz nett, wenn ihr uns da ein bisschen die Wölfe aus dem Weg räumt. Und, äh... Okay, ja. Schließen. Ich meine, die hat sich doch wegbewegt von dem Weg. Nicht ich. Ja, okay. Der hatte nichts dabei. Ich möchte nur... Naja, hier. Der hat zum Beispiel noch einen Wolfsfeld. Muss natürlich alles mit... Kriegen wir EP, wenn die die Wölfe umbringt? Das ist ja lustig. Na gut. Warum nicht? Ich beschwere mich nicht. Okay. Hier ist die Ruine scheinbar schon. Ja. Wo ist... Da ist doch der Weg, oder? Wir müssen uns doch jetzt eigentlich wieder folgen. Wir sind doch jetzt eigentlich wieder richtig. Da hinten. Das dürfte es sein. Ja, hier. Nur ich weiß noch nicht, wo es reingeht. Oh, Eispranke. Eispranke auf dem Radar. So ist schnell eingesammelt. Sehr gut. Ich bin der Eisprankensammler. Ich habe die Eis... Ach, apropos Eispranke. Die können wir auch noch essen. Äh, wo haben wir sie denn? Bei E. Ja, da bin ich irgendwie... Ah, ne. Doch. Verbrauchsgegenstände müsste richtig sein. Ja, Eispranke. So, ja. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Traglast. Sehr, sehr schick. Und hier geht es irgendwie hoch, aber irgendwie auch nicht. Man backt hier ein bisschen fest an der Treppe. Okay, also schon ziemlich zerfallen hier alles. Aber, aha. Erkunden lohnt sich immer. Wie man hier sieht. Ähm, oh ja. Lohnt sich tatsächlich. Kleine Perle, Magiegift, makelloser Amethyst. Die Feinstahlschuhe lasse ich aber mal hier. Ist jetzt nicht mehr unbedingt die neueste Schuhmode, deswegen... Oh, wie geht ihr? Das ist nicht der richtige Weg. Ja, ja, komm jetzt chill mal. Das ist nicht der richtige Weg. Vielleicht muss ich gleich mal die Meldung deaktivieren. Das nervt dann doch ein bisschen beim Erkunden. Okay. Ja, aber schöne Ruine auf jeden Fall. So. Bei den Blumen kann man leider nichts einsammeln. Oha. Okay, wir haben es endlich entdeckt. Super. Vielleicht kann sie dann jetzt auch mal ihre Schnauze halten, wenn wir uns ein bisschen wegbewegen von dem Ding. Oh. Cool. Schmetterling. Ich höre Geräusche. Skelette. Aber das könnte auch nur so ein Bug sein mit den toten Schälen da unten oder so. Ähm. Ja, dass sie da irgendwelche komischen Geräusche machen. Ich würde jetzt noch nicht unbedingt erwarten, dass er ein Gegner ist. Aber zur Sicherheit habe ich doch mal noch den Boden... ...gezaubert. Oh, da vorne ist ein Tornister. Nee, ein Trankmischerrucksack. Okay. Mhm. Was nehmen wir alles mal mit? Vor allem das Salz. Das Salz der Erde ist natürlich sehr wichtig. Also jeder Spieler, der Salz zurücklässt, macht einfach irgendwas falsch. Das sage ich euch hier als wahrer Profi. Wer Salz zurücklässt, macht etwas falsch. Oh. Und wer junge Braunbären nicht tötet, macht auch etwas falsch. Weil die können manchmal ganz schön aggressiv sein, wie wir gleich sehen werden. Okay, sehr gut. Hat uns gar nicht erwischt. Vielleicht wollt ihr uns auch nur Hallo sagen und gar nicht angreifen. Und ich habe ihn trotzdem einfach so rücksichtslos umgebracht. Ja, ich bin so ein Tierquäler. Es ist wirklich schlimm mit mir. Ich sollte mich schämen. Okay. Wir gehen stattdessen lieber mal, äh, statt dass wir noch weiter durch die Wildnis laufen und irgendwelche armen Tiere umbringen, gehen wir mal hier ins Dungeon und töten lieber ein paar Skelette oder so. Vorher noch die Distel mitnehmen. Okay, in die Ausgrabungsstätte. Vorher machen wir mal ein... Hallo. Oh, nee. Ich wollte gerade einen Schnellspeicherpunkt machen und dabei ist es abgestürzt. Ähm, ja. Ist jetzt die Frage, hat der Speicherpunkt geklappt oder ist es vielleicht, äh, kaputt? Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Okay, vielleicht darf man einfach nicht irgendwo in so einem Weg speichern. Na gut, wir sind jetzt hier zumindest vor den Ruinen wieder. Na gut, ein bisschen was haben wir natürlich jetzt verloren an Fortschritt quasi, aber ist jetzt nicht allzu schlimm, würde ich mal behaupten. Und hier können wir, glaube ich, auch besser gegen die Wölfe kämpfen. Das ist doch schon mal was. So. Ähm, dann machen wir jetzt das Ganze aber natürlich mal im Schnelldurchlauf. Und ich speichere gerade schon nochmal. So, die Wölfe nämlich nicht mal alle mit. Da hinten, das dürfte es sein. Und stattdessen gehen wir diesmal ziemlich direkt zur Ausgabungsstätte. Na gut, die pflanzen dann nehme ich noch mit. Okay, da sind wir bei der Ausgabungsstätte. Ich gehe jetzt noch ganz kurz zum Trankmischerbeutel. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Alles mitnehmen. Und auch zu dem einen Ding vorne dran. Äh, Moment, das war hier. Da würde ich auch gerne noch hin. Dass wir das zumindest einsammeln. Den Rest lassen wir da ausnahmsweise dann mal. Ja, die Truhe. Da nehmen wir alles mit. Dann das Skelett hatte, glaube ich, nichts sinnvolles. Nee. Okay, dann können wir auch wieder zurück. Das war doch jetzt mal ein richtiger Schnelldurchlauf, oder? Das ist doch schön. Und jetzt speichere ich hier nochmal. Und das hat auch geklappt. Okay, gut. Dann können wir reingehen in die Ausgabungsstätte. Ah, ich bin gespannt, was auf uns wartet. Ja. Toll, sie folgt uns wieder. Kommt, gehen wir weiter. Ja. Deswegen meine ich, die Begleiter nerven ein bisschen. Also, ja. Ich hoffe, ihr seht, warum. Weil wirklich gescheite Begleiter zu implementieren, ist echt schwer. Das muss man einfach mal sagen. Und deswegen... Das Einfachste ist eigentlich, dass man es einfach lässt. Dann macht man sich am wenigsten Arbeit. Na gut, okay. Es ist hier auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ja. Wir haben hier... Ah ja, ich war gerade unsicher, ob die jetzt hier leben oder einfach nur schon tot sind. Ähm, ja. Diese Frage hat sich auf jeden Fall geklärt, würde ich mal behaupten. Aber wir sind ja im Zwei-Sterne-Gebiet. Das heißt, ähm... Ja, es ist jetzt nicht so die Riesen-Herausforderung hier. Also, ich glaube zumindest, dass wir im Zwei-Sterne-Gebiet sind. Weil die Quest ist auch zwei Sterne. Von dem her müsste das eigentlich so sein. So, in der Truhe haben wir noch Einzelteile. Irgendeine Schriftrolle, Silbererz und die Zange lassen wir mal da. Nee, geht's noch irgendwie nach oben. Aber bestimmt kommt hier irgendwo eine unsichtbare Wand. Sowas finde ich immer ein bisschen unschön. Aber dafür sieht's halt hier cool aus. Ja. Muss man sich halt entscheiden. Möchte man die unsichtbare Wand oder dass es cool aussieht. Aber eigentlich wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man da noch ein bisschen höher käme, oder? Könnte man, finde ich, auch noch erlauben. Ist halt nichts da. Ich meine, dann bringt's halt nichts. Aber man hat halt zumindest keine blöde, unsichtbare Wand. Naja, das ist zumindest mein Gedanke dazu. Okay, wir gehen aber lieber mal ein bisschen nach unten in die Katakomben. In die Ausgrabungsstätte. Aber Ausgrabungsstätte klingt eigentlich nicht so cool. Zumindest nicht hier, wo schon ausgegraben wurde, sondern eine Ausgrabungsstätte ist da cool, wo gerade ausgegraben wird. Vor allem, wenn man dann plötzlich auf einen Dungeon stößt oder so. Ich muss euch so vorstellen, ihr geht da durch so eine Wand durch, mit so einem Meißel oder so. Und dann kommt einfach plötzlich, stößt ihr auf so eine Wand von irgendeinem Dungeon. Und dann kommt ihr in so einen riesigen Raum mit irgendwelchen alten Skeletten, die euch plötzlich alle angreifen. Das ist cool. Das ist spannend. So muss es sein. Und da vorne haben wir doch schon den nächsten Mooskrabbler. Ich sehe es doch direkt. Jawohl. Und wenn ich ihn gleich angreife, machen wir Schleichschaden und dann brauchen wir auch nur einen Pfeil. Das sollte ich vielleicht immer gleich so machen. Aber ich sehe sie ja nicht immer. Leider. Und wie wir alle wissen, das Schlimmste ist, wenn man die Spinne nicht mehr sieht. Das ist das Allerschlimmste. So, wer kam jetzt irgendwie durch? Ich weiß mal wieder nicht, ob das so gedacht ist. Bestimmt nicht. Aber es ging. Deswegen habe ich es gemacht. Und dann müssen wir jetzt nur wieder zurückkommen. Ah ja. Kein Problem. Ah ja. Wo sind wir jetzt gelandet? Hä? Hallo. Lässt du mich mal durch? Lass mal nicht. Dann stoßen die einen hier irgendwie weg. Also es ist... Ja, die Begleiter sind echt manchmal nervig. Na gut. Ich glaube, wir müssen einfach den Hebel betätigen. Und ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Und ich hoffe, du auch. Weil wenn du nicht gespannt bist, wo wir rauskommen, dann weiß ich nicht, was mit dir schiefläuft. Weil jeder normale Mensch wäre jetzt gespannt, wo er rauskommt. Das ist zumindest meine These. Okay. Und die Dungeons hier sind echt cool gemacht. Auch viel so mit Höhen gearbeitet und so. Ah, gefällt mir. Gefällt mir. Hm. Okay. Weiter geht's. Huich. Höre sie schon ein bisschen über uns fluchen, glaube ich. Oha. Wir gehen direkt mal hin. Hallo. Das klingt ungut. Ja, das klingt ungut. Von allen Menschen dieses beschissenen Landes hätte ich euch am wenigsten erwartet. Ja, Arantial konnte es kaum erwarten, mich nach der Weihe auf eine Mission zu schicken. Na dann Glückwunsch. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es einen weiterbringen soll, sich den Schädel mit irgendwelchen Drogae zuzudröhnen. Nachtschatten-Elixier ist nicht irgendeine Droga, sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand versetzt und dessen Rezeptur nur der Orden kennt. Vielleicht solltet ihr das wissen, bevor ihr über unsere Traditionen urteilt. Na jetzt weiß ich es. Und wer seid ihr bitte schön? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, sehr schön. Okay, lasst mich raten. Wieder Söldner. Okay, das ist schlecht. Wo sind diese Banditen jetzt? Kerle? Sie rennen geradewegs hinein und schaffen es auch noch irgendwie, einen Fallmechanismus zu aktivieren, der den Gang hermetisch abriegelt. Jeder, der der Pforte jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Und nun können weder wir runter noch sie hinauf. Okay, das heißt, eigentlich sitzen die in der Falle, weil sie irgendwann wohl verhungern werden. Naja. Und ich schätze, diese Maschine, von der Arantial sprach, befindet sich in den unteren Gefilden der Ruine. Richtig? Zumindest deutet alles darauf hin. Das macht die Situation ja auch so ärgerlich. Wären hier unten nur Knochen und Gebeine, könnten wir einfach abziehen. Okay, seid ihr euch sicher, dass sie nicht zu den Söldnern aus Alte Ragengrad gehören? Nein, sie trugen keine Uniformen und außerdem wirkten sie unorganisiert. Und verängstigt. So, als würden sie vor etwas wegrennen. Ich glaube, dass dieser Überfall nicht geplant war. Vermutlich dachten sie, die Ruine sei leer. Die Frage ist, vor was sind sie geflohen? Jetzt wird es langsam noch interessanter. Okay. Und dieser Mechanismus lässt sich nicht irgendwie außer Kraft setzen? Irgendwie sicherlich schon. Aber würdet ihr den Hebel zum Deaktivieren einer Falle an der Tür, die sie beschützen soll, platzieren? Wir müssen einen anderen Weg runter finden. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Einen versteckten Eingang, für den man allerdings einen Mechanismus lösen muss. Kommt, ich zeige ihn euch. Wer weiß, vielleicht seht ihr ja wieder irgendwas in der Vergangenheit, das uns weiterhilft. Ich kann mich, glaube ich, dunkel an Lissari hier erinnern. Hatte er ja mal eine Mission mit der gemacht. Aber warum die hier so... Ich weiß nicht. Geht weiter. Sie ist jetzt irgendwie nicht so gut auf uns zu sprechen, ne? Und ich... Wer hat doch mal eine Mission mit der gemacht? Da hatte ich sie irgendwie netter in Erinnerung. Naja, gut. Geht mir nicht auf die Nerven. Ein verwundeter Gardist. Wir schauen natürlich erstmal hier diesen Gang an. Bevor wir hier irgendwo hin der Lissari folgen. Okay. Wir schauen uns den Gang doch nicht an. Sehr schön. Okay. Das kam ziemlich schnell. Na gut. Dann essen wir mal eine Brezel. Ist ja bald wieder Oktoberfest. Okay, eigentlich nicht, weil wir haben gerade Februar. Das ist... Okay, nicht ganz maximal entfernt, aber schon fast. So, all den Nebelschwammen nehmen wir natürlich mit und speichern gleich noch. Ich muss wirklich oft speichern. Das ist sehr, sehr wichtig. Oft speichern. Na gut. Okay. Ja, ich komme. Ich komme. Hier bin ich. Oh, wie cool. Keine Sorge. Ich sammle nur Schwamm. Kopf. Nein. Äh... Schimmer. Schimmer. Irgendwas. Die heißen die ja. Keine Ahnung. Alter, wie geil ist das denn? Ein kleiner Mechanismus. Ich dachte es hier... Gut, klar. Natürlich. Warum nicht? Ich würde eher sagen, ein riesiger, übertriebener Mechanismus. Mit irgendeinem abgefuckten Rätsel wahrscheinlich. Da wären wir. Ich glaube, diese Glocken haben mit des Rätsels Lösung zu tun. Das könnte sein. Das muss eine Art Noteingang oder Ausgang gewesen sein. Und bevor ihr fragt, der tote Kamerad in der Mitte der Plattform war schon so, als wir hineingekommen sind. Das muss irgendeine Art Magie sein, die seinen Körper so lange vor dem Verfall bewahrt hat. Vielleicht sogar etwas, das mit dieser Läuterung zu tun hat. Wer weiß. Naja. Seht euch einfach mal um. Ja, das habe ich auch vor. Mich umsehen. Wollen wir mal schauen, was wir hier so alles finden können. Zum Beispiel den guten Heuerling. Ahoi. Ahoi. Jawohl. Ahoi, Matrose. Wobei, hier kann man, glaube ich, nicht so gut mit dem Schiff hin. Fremdländer. Ja, genau. Jetzt kommt er wieder mit sowas. Das ist doch kein zerstörtes Buch. Okay, das sind zerstörte Bücher. Aber das hier nicht. Das ist ein richtiger. Ah ja. Durchsuchen Bücher. Der kluge Junge und die Wegestreue. Aha. Interessanter Buch. Ist wahrscheinlich so, damit die Juden nicht in... What? Ich habe nicht mal was gedrückt. Ich wollte doch gar nicht... Hallo? Vielleicht, ähm, ist etwas? Ihr seht blass aus. Ich bin blass, weil ich gar nichts gemacht habe. Ich habe nur nicht mal E gedrückt. Ich bin einfach nur gesprungen. Hä? Ich hatte wieder eine dieser Visionen. Tatsächlich? Dann hatte die Magierin ja doch recht gehabt. Was habt ihr... Womit hatte ich recht? Ich hatte tatsächlich eine Vision. Und ich glaube, ich weiß nun, wie wir diesen Mechanismus hier in Gang setzen können. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich immer noch keinen Plan. Im Ernst? Beim Arsch des Propheten, das kommt ja gelegen. Aber mir soll es recht sein. Also, was hat es mit den Glocken auf sich? Äh, ich habe keine Ahnung. Okay. Die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Dann lasst mich mal sehen, ob ich die wieder zusammenkriege. Klar doch. Seht nur zu, dass uns das Dach nicht über dem Kopf zusammenbricht. In Ordnung? Ernsthaft? Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Äh. Glockenhammer? Okay, wir brauchen wahrscheinlich den Glockenhammer, um da zu läuten. Toll. Okay. Erstmal würde ich noch weiter da langschauen. Jetzt habe ich da schon so eine komische Vision bekommen. Was haben wir hier? Weil hier sieht es auch richtig spannend aus. Hier geht es noch viel weiter. Hm. Hier ist aber gerade sehr ruhig, muss ich sagen. Eine bedrückende Stille. Okay. Und hier ist dann Ende. Ende Gelände. Mal was zum Gruß. Aha. Ich suche Arbeit. Wisst ihr, wo ich welche finden könnte? Wahrscheinlich dort bei dem Glockenspiel. Hm. Lasst mich mal überlegen. Angeblich sucht eine reiche Oberstädterin verzweifelt nach Hilfe. Es geht um ihren Sohn, wenn ich mich recht erinnere. Er war bei dieser verrückten... Vielen Dank, aber Problem gelöst. Er ist tot. Wenn sie am habenen Pfad ist, hat sie vermutlich auch eine Menge Groschen. Ja, das... Okay. Das hat uns schon mal einer erzählt. Daraufhin haben wir die Quest gemacht. Und jetzt erzählt er uns noch das Ganze nochmal. Obwohl wir es schon gemacht haben. Warum auch nicht? Okay, ich war hier nicht gerade irgendwas, was man anschauen konnte. Na, vielleicht auch nicht. Wen haben wir hier? Einen Ordenshüter. Der sagt einfach gar nichts. Der ignoriert uns komplett. Und da haben wir zwei Tränke gefunden. Sehr gut. Wie immer lohnt es sich, sich ein bisschen umzuschauen. Ein Heubett. Ja, schlafen brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. Wir gehen lieber wieder zurück und versuchen jetzt dieses Glockenspiel zu lösen. Weil... Was ist das für eine Lampe? Wie... Wie kriegt die Strom? Oder mit was leuchtet die? Hm. Das wäre spannend rauszufinden. Das wüsste ich wirklich gerne. Naja, okay. Wir testen mal. Ähm. Müssen wir wirklich mit dem Glockenhammer draufschlagen? Ist ja... Lustig. Warum nicht? Und? Woher weiß das Kalia jetzt plötzlich? Und was ist mit der? Ach du Scheiße. Ähm. Okay. Mit was hat es angefangen? Die da? Die da? Die da? Okay. Einmal im Kreis und dann? Okay. Also. Hier? Hier? Ja? Das stimmt. Das bleibt richtig. Hier? Ja? Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber woher weiß ich das, dass das stimmt? Das verstehe ich einfach nicht. Okay. Ja. Habt ihr das gehört? Das muss... Moment mal. Was ist das? Toll. Toll. Ach du Scheiße. Ja. Es passieren immer interessante Dinge. Lass mal auftauchen. Ach. Wie cool ist das schon wieder? Aber Kalia müsste doch mit uns runtergefallen sein. Oder ist sie irgendwo auf dem Felsen aufgeklatscht und gestorben? Hallo? Kalia? Hm. Naja. Gut. Dann müssen wir vielleicht ohne sie weiter. Ich sehe jetzt hier auch keine Leiche oder sowas. Na vielleicht finden wir sie ja wieder. Aber die müssen sie doch wirklich hier irgendwo sein. Hm. Ich glaube auch nicht, dass sie schon vorgegangen ist. Ähm. Das wäre eher etwas merkwürdig. Naja. Wäre wenig schon, dass ich das jetzt hinterfrage. Wir sammeln lieber ein bisschen Schlamm-Morche. Und speichern mal wieder. Das ist glaube ich wichtig. Ach. Wie cool. Okay. Ein langer Tunnel. Au. Verdammt. Ich dachte gerade, da würde jetzt Kalia im Tunnel kauern. Jetzt war das einfach nur eine blöde Ratte. Ah. Super. Kalia mit einer Ratte verwechselt. Ja. So schnell kann es gehen. Okay. Wir kommen zu einer Türe. Oh. Jetzt geht es in den Felsendom. Und ja. In der nächsten Folge geht es uns zum Felsenturm. Bis dahin. Schönen Tag noch. Und ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.